Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir was für einen Spieleabend. Wir brauchen einen Fingerhut, Strohhalme, Würfel, förmige Perlen, einen runden Holzstab, Büroklammern, eine Kulimine, einen Deckel und einen Spielstein. Den Fingerhut bemalen wir mit ockerfarbener Acrylfarbe und die Würfel bemalen wir mit weißer Acrylfarbe und beschriften sie mit schwarzem Stift. Für den Kugelschreiber nehmen wir eine Kulimine und schneiden ein Stück ab. Einen runden Holzstab spitzen wir an und schneiden jeweils zwei Stücke ab. Zwei angespitzte. Von einer Büroklammer schneiden wir ein gerades Stück ab und schieben es in die Kulimine hinein. Dann kleben wir die beiden angespitzten Holzstücke an beide Seiten der Kulimine. Die beiden Holzstücke bemalen wir dann mit blauer Acrylfarbe. Für den Spieltisch nehmen wir einfach einen Strohhalm, einen Mehrwegstrohhalm, der muss schön gebogen sein. Drei Teile schneiden wir ab und kleben sie dann mittig zusammen. den Spielstein noch verkehrt herum ankleben, die Strohhalme mit Heißkleber verschließen und den Deckel ankleben. Den Spieltisch bemalen wir dann mit dunkelbrauner Acrylfarbe. Na dann viel Spaß beim Kniffeln und Knobeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss bis bald. Eure Steffi Tschüss bis bald. Eure Steffi